Lebensblüten Erinnern, Lächeln, Verschenken Ich bin Norbert Peter, Kabarettist, und ich stehe total auf Kommunikation. Das Projekt Lebensblüten unterstützt, denn Ich treffe gerne Menschen, ich telefoniere gern, ich rede gern, ich freue mich, wenn Menschen mit mir reden. Und Lebensblüten ist eine weitere Form von Kommunikation und damit eine Möglichkeit, einander zu berühren, über die unmittelbare Anwesenheit hinaus. Botschaften weitergeben, Erkenntnisse teilen, Gefühle zu schildern, das können Schätze für jene sein, die später den Lebensblüten begegnen. Lebensblüten Erinnern, Lächeln, Verschenken Lächeln, Verschenken